F***t euch doch! Was soll der Scheiß? Nie mach dieses Spiel, was ich will! Amerika ist von Arsch! Die Fusion ist die gleiche Sache als ein Lich. Wenn du sie an die Fälle schaust, das ist die Spacetime-Kontinierung. Ich will, dass du auf bist! So, jetzt ist es aber richtig. Zielort, danke, go! Wie viel Cash ich bestimmt schon für ein Taxi-Kram... Äh... Moment mal... Ah, gut. Naja, das ist alles schön und... ...und richtig, ja. Hoffe ich doch mal... Hoffe ich doch mal... Hm... Na, ich bin jetzt grad'n bisschen... ...nicht am Frusten, aber... ...ich weiß nicht, ob ich den Aufnahmeknopf gedrückt hab. Deshalb riecht mich das grad'n bisschen alles auf, hier. Ach, auf zu hupen, du Penis! Ne, mit dem können wir nicht fahren, das ist zu langsam. Der hier schön wendig, den können wir nehmen. Ach... Deswegen will ich mal eben warten, ob sich ne neue Datei erstellt. Sonst rede ich grad mit mir selber. Das sieht aus. Ja, das haben wir schon gesehen. Ich will jetzt aber folgen dem Lappen. So schwer ist das ja nicht. So schwer ist das ja nicht. Okay, der Wagen ist langsam. Heizmole verließ ihn nicht. Der Wagen war eine schlechte Wahl. Er hat zwar nur gutes Handling, aber er hat eine verkackte Beschleunigung und gar keine Höchstgeschwindigkeit. Dafür fällt er nicht schnell um. Na, noch sind wir ja noch dran. Das passt ja. Wie wir nicht schon wieder eine Scheiße erzählen. Auf jeden Fall weiß er jetzt, dass ich hier reinbiegen muss. Das ist besser. Da ist er. Das ist noch in Ordnung. Den sehen wir ja noch. Links und gerade. Und dann müssen wir ja gleich links und dann wieder links und nicht geradeaus. Sonst verliere ich den. Der hat mich das rausgeschmissen, das Scheißteil. Aber jetzt passt es ja. Wow, wow. Nein, nein. Gut. So, hier. Der Zug ist genau über uns. Wenn der Typ aber auch ein bisschen weiter vorne ist, das ist ja egal. Da hinten ist er. Wir sind am Ende des Zuges. So, jetzt hier gleich links. Hier. Schnauze, bitte. Und jetzt rechts. Und hier sind wir vorne links abgewogen. Und das war falsch. Wieder links. Hier kommen wir nicht gerade, oder? Nee, rechts und links. Na, schneller. Da hinten ist er. Aus dem Weg, Mann. Heiß und fettig. Na, in Ordnung. Die kann ich auch lang. Aber schnell, sonst verlierst du sie einen Dab. Die Ziele haben den Zug verlassen. Und nun? Soll ich die ausschalten? Na, ich sollte mir echt die Dinger mal angucken. Und nicht immer einfach Feider machen. Und noch rede ich gerade mit mir selber. Noch ist die Chance da, dass ich... ...n Fehler mache. Es öffnet sich nämlich gerade keine neue... ...videodatei. Oh, eine Ratte. Nein. Nein. Nein, kein... Boah, warum? Was? Was habe ich denn gemacht? Ich habe eine Taube erschossen. Oh mein Gott. Man verpisst euch. Ich habe was Wichtiges zu tun, ihr Dödel. Ja. Alles ist sauber. Das stellt ganz normal die Videodateien her. Das gefällt mir. Eventuell ist der Tor nicht da, aber das ist mir egal jetzt. Was? Ich bin glücklich. Glück glücklich. Da, 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 da. Oh Musik, weg. Weg, ja, gut. Gut, ey. Jetzt mal. Der darf man es ja gar nicht bemerken, glaube ich. Burger Shot. Oh, das ist ein Bulle. Lieber nicht. Was soll ich denn machen mit dem? Info, ich brauche dich mal wieder. Die Zielperson. Also, schalte sie aus, wenn sie aussteigen. Ah, gut. Müssen also weg. Und dann können wir sie schön absnipern. Fällt ja auch gar nicht auf, wenn so ein Mann mit dem Scharfschützengewehr. Nein, 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 nein. Nicht wahr, gut. Mach ihn kaputt, Junge. Der ist geflogen. Was, wenn ich mal einen Stern bekommen? Was ist denn, wenn wir ihn kaputt? Taxis. Wow, das war knapp. Jetzt kann ich nicht laufen. Egal, einfach auf die Straße stößt. Taxi. Ne, ist abgehauen. Leute, die reden gar nicht mehr. Ja, ja, nur dein Ghetto, Mann. Nur wie ich, Kind. Ich werde dich und alle meine akzeptive Sprachen machen. Man, für real. Bitte. Warte doch, du Hoden. Penner, ey. Was soll denn das? Was, was hab ich dir getan? Na gut, dann holen wir da die Leute raus. Roman, ne Mail. Warte mal, das ist wichtig, glaube ich. Nico, hast du schon was an deinem Freund gehört? Geht zum Team in den Internetcafé und schickt deine E-Mails. Oh, okay. Ja, schön. Ja. Kann ich dein Fahrzeug einen Moment nutzen? Äh, nicht versteck, sondern... Sondern... Äh, ja, hier. Da müssen wir kurz checken unsere Mails und dann gucken wir mal weiter, was wir... Ne, okay. Roman ruft dran. Ey, cool. Äh, das Depot, das abgebrannt ist, äh, in Klammern, hat, wurde jetzt versichert, sozusagen. Und durch die Versicherung hat halt, die hat halt Geld schmeißen lassen und... Jetzt kriegt Roman ein neues. Ähm, elf Mails. Ja, sorry, mein Kabel spinnt hier so ein bisschen rum. Oh, das tut mir auch leid. Hallo, Mails checken. Fresh, French Tom. Hallo, gerade sah ich, dass du dich für mich interessiert. Stell dich hinten an. Ehrlich gesagt, wird bei Posteingang ständig voller. Seitdem ich die Anzeige aufgegeben habe. Ich habe ungenehm... Ich habe ungenehm an Absagen geteilt, bis ich dich gesehen habe. Wo du siehst nicht aus wie die anderen Kerle. Tja, es scheint weder arm noch fett zu sein. Das ist auch ein guter Anfang. Ich bin viel zu gut für... Dinner in Hove. Was für diese Loser. Jetzt kommt... Jetzt mal ganz im Ernst. Wie wäre es, wenn du... Zum 69. Streets Dinner in Hove kommst. Bring deine Brieftasche mit, denn du zahlst. Ich trage eine rote Rose. Was? Ich bin damals gegen 12 Uhr. Antworten. Ich weiß, ob es ist. Wir treffen uns dann da. Mach euch gesendet. Nico, es ist mich, Michelle. Kennst du mich? Der Idiot, den du nicht für Jahre geholfen hast? Insofern, ich vermisse dich. Du bist unterwegs? Ich meine, du willst uns ein bisschen Zeit zusammen spenden? Nö. Du Schlampe. Du machst mir nur Ärger. Ah, Termine kann ich jetzt auch. Nein, Date. Ich muss zum Date pünktlich. Lade. Lade. So, gespielt haben wir es denn? Es ist... Also in-game. Hm. 10.14 Uhr. Das heißt, wir haben noch genug Zeit. Spät ist es jetzt? 10.15 Uhr. Gut, eine Sekunde gleich eine Minute. Vielleicht ist er jetzt schon da. Oh, wir haben eine Mitteilung von... Ähm, Playboy. Yo, Money. Ich habe eine Sache am Laufen. Komm, bei meiner Hütte vorbei. Ich habe Arbeit für dich. Cash, 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 Cash. Okay. Erstmal zum Date. Da ist er noch. Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico. Let's go.